willkommen bei grounded wo ich in der freien folge hier ganz kräftig an meinem haus gebaut habe jetzt leben auf dem plan steht vielleicht den rucksack mal zurück organisieren und das haus vielleicht zu innebauen naja und zur heck muss ich auch noch wir schauen mal was in der folge passiert nach dem intro also es ist ganz ganz viel auf alle fälle passiert noch ob ich einmal versuche so ein marienkäfer von hier oben aus anzurufen ja anzugreifen habe nämlich gerade den distelstachel gebaut mal hier mal gucken der distelstachel sehr nützlicher stachel der den schaden von voll aufgeladenen bogenschützen erhöht komm wir gehen mal auf die suche nach leben mal von hier aus mal hier aus mal hier aus mal hier aus mal hier aus und so eine kleine spinne ist hier auch noch und eine stinkwanze ja super jetzt das ist eigentlich vollkommen verspekuliert so schnell kann man drauf gehen hier in dem garten dann meint man es gut mit seinem angriff und dann passiert sowas da hinten marschiert der ladybug ab ich glaube ich habe meine feile wieder mal hier aus mal hier aus mal hier aus mal hier aus vergiftet so hat man schaden betäubung jetzt jetzt mal ganz ehrlich hier schaden betäubung geschwindigkeit langsam aber die hat wenigstens bluten wo ist mein test objekt oder auch nicht dann du drei schläge grundsätzlich ist die keule besser so aber eigentlich wollte ich ja nach leben gucken mal hier aus mal hier aus mal hier aus mal hier aus so okay und dann jedes ameisenhaufen sollte ich kein käse machen mit angriffen auch noch pilze bräuchte echt ein Schild ja 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 Dann stellt sich mir gerade die Frage, was brauche ich denn für so einen Grill? Wockenes Garage, Brössling, Kieselchen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Kleeblatt Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wie viele Spiders haben die denn hier? Ich bin getötetet! Wie viele Aphids ist das? Unglaublich, ne? Wie viele Aphids? Wie viele Aphids? Ja super, jetzt gibt es keine Kieselsteine hier. Das gibt es doch gar nicht. Wie viele Aphids? 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 Ja jetzt wieder weniger Wie viele Aphids? Ich vermute mal auf der anderen Seite, oder? da ist es forschungsstation erste schrumpfung ja aber erst analysieren wir mal ein bisschen flipflossen blasenhelm schleimlaterne löst sich zwar eine larvenklinge na gut die ist nur super schnell aber warum schaden spinnenfangdolch mit gift bergl transcription unit 89.4.14 order number 80 bergl are you there yes sir it appears that the shrinking process has not overly affected my functionality i do not know how this is possible i previously believed that all the parts of my functional unit were required for operation but apparently they were not perhaps that means i have some extra storage space haha very philosophical do you feel anything else no everything appears to be the same now i have come to realize that this world is absolutely covered in filth it is quite concerning you may wish to wash your hands before returning to work hm die erste schrumpfung ok ok mutation entdeckt baba regeneriert im zorn ständig gesundheit die erste schrumpfung ok Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020